hallo zusammen liebe kunden von espresso tv liebe leute freaks wer auch immer jetzt zu gucken hier haben wir die rocket r60v der neue dual boiler mit druck profilierung äußerlich schaut das ding ja ähnlich aus wie eine r58 ist aber natürlich ein bisschen besser man sieht jetzt hier zum beispiel wenn man das die abtropfschale wegnimmt ist hier alles komplett aus edelstahl und ja also vom aufbau super auch die füßchen hier sind etwas höher und insgesamt eine sehr nette maschine und wir sehen jetzt hier so ein teil das praktisch die steuereinheit nummer eins das kann man hier anstecken mit einer seriellen schnittstelle an der seite ich zeig das gerade mal ich hoffe ich krieg sind das ist plan a wie man jetzt das ganze einstellen kann und jetzt hier die breite seite nach unten serielle schnittstelle rs 232 wie man es von früher noch kennt von monitoren und hier kann man jetzt genau ablesen wenn man dann in p geht kann man dann die sprache auswählen dann ob festwasser oder tank hier kann man dann grad celsius oder fahrenheit service kessel an temperatur kann man einstellen ist jetzt hier auf 106 grad und auf 124 grad der dampfkessel druck profil habe ich jetzt gewählt oder druck profil b druck profil c und dann geht man wieder zurück und natürlich kann man dann auch in die druck profil rein mir persönlich ist das jetzt ein bisschen zu nervig ich mache zack steckt das ding ab und ab dafür weg damit ich habe so ein komisches teil hier das nennt sich iphone so Untertitelung des ZDF, 2020